Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Madras Mask Randomizer. Wie ich dich hingekriegt. Stolz auf mich selbst. So, jetzt müssen wir nur noch da reingeflogen kommen. Das finde ich immer eine der unnötig kompliziertesten Fäden, um die an die heranzukommen. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt das, wie man da rankommen soll, aber es ist auf jeden Fall eine Strategie, die funktioniert. So. 13. Wunderbar. Jetzt kann ich das ganze Ding einmal drehen, die letzten beiden Fäden holen. Und dann das Ding nochmal drehen, um zu den Bossen reinzukommen. So. Einmal die Lichtpferde, bitte. Haben wir die Lichtpferde, bitte. Ist immer noch weiter hinten. Warum ist man so weit von dem Tatschen weg, um das Ding wieder umzudrehen? Waha! Ja, und weil das Spiel ja ein Sausack ist und so, bekommt man dann ja leider nochmal dieses blöde Puzzle vorgelegt. Und wodurch wir jetzt bei dann, wo haben wir stehen geblieben, bei 7, glaube ich. Und wenn wir dann jetzt dann bei 10 mal das was gespielt haben. Wenn wir die 3 hier fertig haben und dann da wir den Dungeon nach nochmal umdrehen, müssen wir dann bei 11. Nur für den Dungeon. Und da haben wir wirklich noch nicht mal mitgezählt, wie oft wir das Lied schon hier draußen spielen mussten, nur um den Tower hochzuklettern. So. So. Und dann jetzt das Ganze nochmal. Auch da finde ich, hätte man durchaus eine Möglichkeit einbauen sollen, wenn man einen Lichtfeil hat, irgendwie einen Schalter zu aktivieren, der dann, dass sich irgendwie eine Brücke seitlich hiervon eine durchgängige irgendwie erscheinen lässt. Damit man halt dieses blöde 3-Lieder-Gespiel, den ich jedes Mal machen muss, wenn man in den Dungeon wieder rein will. So, meine Meinung dazu. Das wäre ich fast nach unten gegangen, ohne die Libelle vorher umzubringen. So. Stirb. Blödes Mistvieh. Der hat mich nicht mit Sicherheit wieder davon abgehalten, hier einfach hochzuklettern. Mit Sicherheit, die Viecher sind da Experten drin. Da gibt ihn mal Nummer 14. Das ist nur noch in den Nebenraum unter Wasser. Die gehst du holen Nummer 15 und dann haben wir. Zack. Das Ding ist schon weggebombt. So. Jetzt einfach hier bitte runter. Wunderbar. Für dann Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. So. Jetzt müssen wir den Dungeon nochmal umdrehen und dann können wir direkt geradeaus zum Boss durchrennen. Weg ist es zum Glück dann recht kurz. Oh, zack. Und dann wird es mal wieder Zeit, Twin Mall zu kloppen. So. Und dann nochmal den Dungeon umdrehen. Das hat von mir nicht gepasst. Ist mir aber egal. So. Dann brauchen wir gleich das hier. Und wir brauchen das hier. Und das Ding brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können das hier schon mal mitnehmen. Denn leider ist auch gegen Twin Malls die Masse der Grimmigen Gottheit nur so bedingt nützlich. Leider. Na, dafür, dass man extra diesen Boss Slayer in Anführungszeichen bekommt. Ist ja leider nur bedingt oft wirklich nützlich. Dann haben wir hier gar keine Magie rumliegen. Dann muss ich halt Magie drinnen aufstocken. Ich glaube, wenn wir mit der Bohnenranke nach oben fliegen würden, hätten wir da theoretisch, glaube ich, Magie. Aber da halt nicht. Na, ich brauche aber trotzdem dringend Magie. Glücklicherweise ist hier welche drin. So, das funktioniert immer noch wunderbar. Aigua ist tot. Der kann uns nichts tun. Ach, hier müssen wir nicht mehr wirklich viel machen. Außer einmal dahin und einmal dahin zu hochshotten. Und dann hier möglichst nicht die ganze Zeit sinnlos hin und her zu springen. Ah, und dann das Boss Zeil. Mit... Immerhin 17 Herzen doppelter Verteidigung, doppel Magie. Sollte eigentlich alles nicht so schwierig werden. Sollte ist hier das wichtige Wort. Ja. Jo, Zeit für eine Runde Twinmold. Giant Mask Insect Twinmold. Äh. Du tust uns ja doch nichts. Wir müssen nichts ernsthaftes. Hurraaa. Rah, rah. Fight the power. Rah, rah. Eisenhower. Mal zugegeben außen kämpfe ich normalerweise gegen die, wenn ich Chateau Romani habe. Ist die eine Sache, dass ich jetzt mal auf meine Magie achten muss. Ist aber normalerweise auch kein Riesenproblem gegen die Viecher. So, er ist das schon erledigt. Na, der nächste Kampf, den sie im Remake komplett ruiniert haben. Leider. Äh, so, wo ist der rote Bruder? Da vorne ist der rote Bruder. Der rote Bruder. Du bist immer nah. Das eigentliche wirklich schwierige in diesem Kampf hier ist, äh, Reichweiten und Entfernungen abzuschätzen. Ich hab wirklich in der Regel keine Ahnung, wie nah ich an den Viechern dran bin oder wie weit weg. Deshalb ich auch keine Sprungattacken einsetze. In der Regel. Weil ich sie ja doch nicht treffe. Äh, ich sehe da Magie. Kann ich sie einsammeln? Nur wenn ich bleiben werde. Das ist aber schon eine unnötige Mechanik. Von diesem Kampf. Dass man die Magie zwar als Große sieht, aber als Große nicht einsammeln kann. Ich hasse es am Rest in seinem Körper abzuplonken. Ach komm schon. So, wunderbar auch erledigt. Ich weiß nicht, dass der Originalkampf jetzt, äh, absolut großartig ist oder so, aber, äh, den Kaffen-Remake mag ich trotzdem nicht besonders. Dann können wir Twinmalt schon mal abhaken. Aber wie gesagt, Twinmalt besiegt oder nicht, äh, ändert halt nichts an der Gegend. Was ich auch immer noch ein bisschen sehr komisch finde. Was ja der Hauptgrund war, warum ich, äh, Snowhead zuerst gemacht hab. So, das hier sind 100 Rubine. Okay, und das ist ein Herzteil. Das kennen wir ja schon, das Herzteil. Zur Genüge. Und damit haben wir mal wieder Woodfall als letzten Dungeon. Wie sich das gehört. So, jetzt müssen wir dann erstmal zur Fee-Fee-Fee-Fee-Fegenquelle. Und jetzt erstmal unsere Belohnung hierfür abholen. Was 20 Rubine sind. Okay, haben wir das also auch hinter uns gebracht. So, jetzt ist die große Frage, die Frage aller Fragen. Wo zum Teufel ist der Boss-Schlüssel für Woodfall? Wir werden jetzt einfach mal in Woodfall reingehen. Denn wir haben nicht wirklich viele Checks auf der Oberwelt, die sein könnten. Und was haben wir überhaupt noch offen? Wir haben die 5 Frösche offen. Dafür müssten wir jetzt sowieso in den Dungeon reingehen. Äh, und ansonsten haben wir offen... Äh, Angel und Carfai, ne? Und ich glaub, das war's. Ich glaub, das sind alle... Alle... das sind glaub ich alle Checks, die wir tatsächlich noch haben. Also hoffen wir einfach mal, äh, dass es nicht Angel und Carfai sind. Sondern, dass der Boss-Schlüssel jetzt einfach... Äh, entweder... Direkt hier drin ist oder der Boss-Schlüssel, äh, von dem Froschkor... Äh, gegeben wird. Eins von beiden. Am liebsten wäre mir, wenn der Boss-Schlüssel einfach hier drin wäre. Dann könnte ich nämlich den Froschkor ignorieren. Müß ich nicht noch mal halb durch Great Bay durchlaufen. Na, also schauen wir mal, was uns dieser Dungeon jetzt hier bringt. Na gut, Vor-Tempel. Äh, dann brauchen wir... Hier drinnen... Das hier und das hier. Ach, jetzt geht's daran, sich zu erinnern, wo zum Teufel es hier eigentlich die ganzen Feen gab. Das nächste etwas schwierigere. Na, ich weiß, dass hier eine drin ist. Na, damit haben wir schon zwei. Ich mein, das war's auch in diesem Raum. Nicht mehr recht sicher. Immerhin haben wir hier, falls wir hier den Boss-Schlüssel direkt befinden, haben wir hier zumindest einen, äh... Boss drin, der... Äh, verhältnismäßig mal so überhaupt gar kein Problem darstellen wird mit der Maske-Dreaming-Gottheit. Mal schauen, kann ich das Vieh von hier hinten direkt attackieren? Ich mein... Sollte ich eigentlich? Sieht eigentlich schwer nach außen. Sollte ich das können? Kann ich auch. Wunderbar. Oh, dann können wir auch... Nicht direkt das Feuer machen anscheinend. Okay, von mir aus. Kann ich aber das Feuer direkt anmachen. Also wenn ich schon mal die Tür da vorne direkt öffne. Ähm... Ich mein, man kam hier theoretisch einfach direkt geradeaus durch. Ging das nicht? Geht doch. Wollte ich doch sagen. Man konnte doch einfach hier lang. Man konnte das System doch einfach cheaten. Einfach direkt nicht vergiftetes Wasser aus der ganzen Geschichte raus machen. Moment, bevor wir jetzt da unten in die Pötte reinspringen, sollten wir uns mal eben ganz flott den Schalter aktivieren, dass die... Leitern nach oben aktiv sind. Geht aber diese. Ich weiß nicht, warum man dafür zwei Cutscenes braucht. Aber offensichtlich braucht man dafür zwei Cutscenes. Dann haben wir hier unten noch eine Fee drin. Dann haben wir hier unten noch eine Fee drin. Nummer 4 und so. So, dann schauen wir doch erstmal in diesen Raum rein. Da haben wir schon mal... Ach, da vorne das Wespennest. Na, komm schon. Danke. Aktiviere dich doch einfach. Dann braucht die Fee jetzt nur noch in mich rein zu fliegen. Tut's jetzt auch. Nummer 5. So. Dann haben wir diesen schönen Raum. Na, das habe ich schlecht getimed. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der mich nochmal angreift. So direkt. Der sah so uninteressiert an mir aus. So, komm her. Ja. So. Du auch erledigt. Dann haben wir hier noch den letzten. Ich weiß gar nicht, wie der mich hier drin sieht. Ich bin in einer Pflanze drin. Sollte mich nicht sehen können. Äh, wir sind bei 5, ne? Sollte mal anfangen mitzuzählen. Okay, hier haben wir die Adult Wallet. Cool. Hilfreich. Ähm. Und dann können wir da einfach mit... unserem Hookshot ran. Schätze ich. Können wir. Jawoll. Dann haben wir ein weiteres Herzteil. So. Dann... Können wir hier hoch. Hätte theoretisch auch die Blumen nehmen können, die wir gerade hochgefahren. Zu viel Umstand. Dann holen wir uns hier drin mal... Le Bogen. So. Ein Schwungersack hätte ja auch eigentlich gereicht. Aber er wollte ja nicht. So. So. Hier drin haben wir... Zwangsrubine. Lang sieht super happy aus. Na, dann geradeaus rüber zum Boss-Schlüssel. Na, müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder oben sind. Jetzt haben wir auch schon fast Nacht des zweiten Tages. Dann... Schauen wir mal, was da gegen den Kollegen so effektiv ist und was nicht. Na, ich habe schon gehofft, den Kampf damit einfach ins zu beenden, aber ich glaube, der muss zwangsläufig in die zweite Phase gehen, der Kampf. Aus Gründen. Nach dem zweiten Tages... Ach, dass der darf und nicht einfach tot ist. Dass man von der Grimmengottheit nicht einfach in die anderen Verwandlungsmasken rein kann, ist auch ärgerlich. Und tatsächlich jedes Mal erstmal zu Standardlang zurück muss. So. Erledigt. So will ich das sehen. Flup. Aber dann brauchen wir einmal die Dongero-Maske, um den Frosch wegzuschicken. Auf jeden Fall, dass wir das noch müssen. Äh... Die... Dongero-Maske. Ich weiß nicht, warum ich die Deko-Maske überschrieben habe. Das ist die einzige Maske, die ich hier drin ständig brauche. Okay. Ein Frosch losgeschickt. Dann schauen wir mal, was wir hier dann Schönes finden. Hier dann finden wir... Ein weiteres Herzteil. Okay. Ich hab langsam das Gefühl, als wäre der Dungeon nicht hier drin. Äh, der Dungeon. Der... Boßschlüssel. Ich hab langsam wirklich das Gefühl, dass er tatsächlich auf Dongero... Äh... drauf ist. Oder vielleicht auf der Feenquelle. Von hier. Lass uns auf jeden Fall erstmal in den Hauptraum. Hier haben wir nämlich noch... Zwei Feen glaube ich sogar drin. In diesem einen Raum hier. Ah, wir haben einmal... Hier den Schalter, den wir aktivieren. Können, müssen, sollen... Für eine Schatztruhe. Da müsste eine Fee drin sein. Und in der... Deko-Pflanze da unten müsste auch noch einer drin sein. Der erste Dungeon ist ja verdammt großzügig, was die... kleinen Fäden angehen. Wir müssen auch nur wenig Räume. Da müssen sie... Viele haben. Jawoll. Da ist Nummer 6. Müsste hier Nummer 7 drin sein. Jawoll. 6 und 7. Da sind hier glaube ich sogar noch 8 und 9 drin. Na, unten im Wasser ist eine. Und... Da ist eine. Äh... Na, Nummer 8. Na, Nummer 9. Und hier kann ich anscheinend einfach rausklettern. Sollte man das auch können. Äh... War hier irgendwo in einem der Bienennester noch eine. Na, anscheinend ist hier noch eine drin. Äh... Ich brauche jedenfalls meine Feuerpfeile. Weil das definitiv einfacher ist als alles andere. Zack. Dann haben wir nämlich erstmal hier noch... Diesen... In Anführungszeichen Miniboss. Phew, hart. So, letzte Kiste... Die wir hier drin holen können. Abgesehen von den kleinen Fäden. Fähnen. Und das ist der letzte Stone Tower Tempelschlüssel. Okay. Ich meine... Okay. Das ist der Schlüssel, den wir eigentlich gerade übersprungen haben. So, dann versuchen wir mal die... Dinger da abzuschießen. Einmal zu hoch, einmal zu niedrig. Na, und einmal habe ich definitiv ein Düdlülü gehört. Das heißt, da müsste eine Fee rausgekommen sein. Jawoll. Dann habe ich eine Biene befreit. Die soll mich auch nicht stören. Jetzt ist vielleicht mal irgendwo Magie drin. Ich wundere mich so sehr. Schließlich hat der... Deko auch Magie, die er benutzen kann. Das sollte man meinen, dass sie einem auch irgendwo mal... Magie hinlegen. Aber anscheinend... Tun sie das nicht. Ich bin regelrecht überrascht. Ah, Dekonisse, Dekostäbe. Dann haben wir hier den dunklen... Raum. Wo Taya die Anwesenheit des Bösen spürt. Ich kann es auch übertreiben. Die niedlichen kleinen Viechern hier. Die haben noch nichts Böses wollen. Wollen wir auch noch spielen. Wollen wir auch noch spielen. Und dann müsste hier vorne noch eine sein. Jawoll. Zack. Tür geht auf. Und dafür müssten wir dann nochmal 10 oder so kriegen. Wie weit sind wir inzwischen? 11. Okay. Wir sind bei 11. Wir hatten also schon 10. Okay. Hier in dem Raum ist keiner. So. Wie wird ihr mir nicht auf den Keks geht? Blöden Libellen. Auch unnötig nervige Gegner. So. Zerstört. Erfolgreich den Garaus gemacht. Ich weiß nicht, ob ich von hinten aus losfliegen kann. Versuchen wir es einfach mal. Sieht gut aus. Kann ich von hinten hier losfliegen? Antwort ist ja. Wunderbar. Hier ist auch keinem. Aber ich meine 4 sind auch im letzten Raum alleine. Glaub ich alle hier drin. Mit der die im Feuer eingekerkert ist. Dann erledigen wir schon mal die Skulltulas. Die sonst nur im Weg sind, wenn wir sie gleich versuchen hier rum zu fliegen. Die da vorne ist nicht wirklich im Weg, aber die sie trotzdem umgebracht haben. Nur weil es eine Skulltula ist. Du stirbst aber auf jeden Fall vorher. Ja. Ja, lang ist ja gut. So weh kann es nicht getan haben. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine. Eine. Nummer 13. Dann haben wir hier ein paar Pfeile noch. Okay. War nicht schlecht. Komm, geh kaputt. Nummer 14. Hier haben wir endlich mal die Magie, die ich die ganze Zeit schon haben will. Na und da oben haben wir Nummer 15. Hat man schon gesehen. Aus dem Augenwinkel. Na jetzt fällt mir brennend heiß ein, dass die hier drin umzubringen sowieso unnötig war, weil ich sowieso nicht fahre, durch den Raum zu fliegen. Mir fehlt irgendwie noch so ein Bossschlüssel. Na, auf die andere Seite komme ich noch nicht so ganz. Okay. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir jetzt hier erstmal aus dem Dungeon raus. Und schauen mal in die Feenquelle. Hoffen, dass wir dann den Bossschlüssel finden. Ansonsten werden wir wohl die Frosche zusammenklappern müssen. Obwohl wir dann extra nochmal in den Great Bear Sample rein müssen. Mein Lieblings Sample. Und dann nochmal den blöden Froschmini Boss suchen müssen. Aber der ist ja noch relativ einfach platziert, der Kollege. Glücklicherweise. Da kommt mir noch relativ leicht ran. Aber knall mich jetzt bitte nicht ab. Danke. Du bist tot. Dann kommen wir jetzt in unsere Feenquelle rein. So. Hallo Feenquelle. Was gibst du mir Schönes? Ein Herzteil. Ja. Boah. Boah. Dann halt nach Unruh. Obwohl... Nee, nee, das war nach Unruh. Erstmal wollen wir in den Southern Swamp runter. Den da holen. Ich guck gerade wirklich auf meine Karte, ob ich irgendwas irgendwie übersehen hab. Von den ganzen grünen Checks, die ich da stehen hab. Aber... Aber... An sich... Müsste ich, abgesehen von den... Abgesehen von Anjun Karfei und dem Froschorchester, müsste ich eigentlich alles gemacht haben. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht Anjun Karfei ist, weil... Das als Boss-Schlüssel zu haben wäre schon ein bisschen fies. Und dass ich nicht den Boss-Schlüssel doch irgendwie schon mal gekriegt und einfach nur vergessen hab. Oder ob ich irgendwelche Sachen abgehakt hab, die ich nicht hätte abhaken dürfen und deshalb jetzt vergessen hab, wo das Ding sein könnte. Sag mal so, wenn es nicht im Froschorchester ist... Äh... Werde ich schlicht und ergreifend in den Spoiler-Lock gucken müssen. Wo es zum Teufel dieser Boss-Schlüssel ist. Denn mein Tracker ist dann leer. Wenn es nicht der... Froschkorps ist. Ja, Dongero ist so lange her. Blablabla. Äh, dann... Auf nach Unruh. Den Frosch da... Bequatschen. Und dann... Auf in den Great Bay Temple. Und dort... Nochmal den Frosch-Miliboss machen und den bequatschen. Aber erstmal... Jetzt ganz gepflegt. Zur Waschstelle. Ne, mit dir wollte ich... Nicht reden. Auf mit mir zu reden. Ich will rollen. Mensch, immer diese geschwätzigen Bauarbeiter. Ja, Dongero ist so lange her. So. Der ist auch glücklich und weg. Mit dem hatte ich irgendwann mal geredet, ne? Der gab Baumschuss? Ja, gab er. Ja. Das ist nicht ganz das Lied, das du spielst, aber du bist nah dran. Warum kann er uns eigentlich nicht wieder die Hymne des Sturms beibringen? Warum müssen wir dafür zu irgendwelchen, äh... Verstorbenen Musikern auf dem Friedhof reisen? Der kann das Lied offensichtlich. Er spielt's ja. So, dann... Zora werden. Und dann... Äh... So. So. So rum. So, dann können wir außerdem... Äh... Das abhaken. Das abhaken. Und das abhaken. Denn die kleinen Schlüssel für den Stuntortempel brauchen wir ja nicht mehr. Das ist gut, dass wir die nicht mehr brauchen. Ich hätte nämlich noch keine Lust, da nochmal reinzugehen. Dann reiche ich mir schon, dass ich jetzt hier nochmal rein muss. Nur um den blöden Frosch zu holen. Na, Vanilla mach ich den Dungeon zumindest nur einmal und... Befrag den Frosch direkt beim ersten Mal, wenn ich in dem Dungeon bin. So, hey, willst du nicht, äh... Wieder in das Orchester? So, jetzt nur nicht direkt zum Boss durch. George will ich dann auch wieder nicht bekämpfen. So gern ich George bekämpfe, ist das jetzt gerade nicht, äh... Der Plan. Na, stattdessen... Wollen wir jetzt nämlich hier runter. Das ist halt erst mal wieder ganz normal im Dungeon machen. Bis wir zum Frosch kommen. Dann können wir den Frosch einmal ganz nett fragen. Ob er nicht Lust hat und so. Ach, diesmal müssen wir keine optionalen Sachen holen. Das wird den ganzen Sand schon deutlich abkürzen. Das war wieder ein schöner Versuch eines Körpers lang. Auf Stein. Möglicherweise hat er sich diesmal abgerollt im Gegensatz zu... äh... grimmige Gottheit lang, der einfach mal gefacet-plantet ist. So... Autsch. Autsch. Der Froschboss müsste doch... wenn ich mich recht entsinne... äh... hier vorne drin sein, ne? meine ich. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt gerade nicht. Aber ich meine hier Dingens, äh... das hässliche Auge gibt uns... die Eispfeile und das ist woanders. Und... der Kollege gibt uns... äh... den Bosschlüssel. hoffe ich doch jetzt einfach mal. Äh... dann brauche ich einmal die... Feuerpfeile... und dann brauche ich mal... meine Hasenöhrchen. Und dann brauche ich wieder meine Eispfeile. So, jawohl, hier ist er. Hatte ich mich nicht vertan. sehr schön. Naja, ruf du mal deine... Schleimzeugs zu Hilfe. So, jetzt warten wir, dass es auch vernünftig an der Decke ist. Nicht wie beim letzten Mal. wo ich ja teilweise nicht ausreichend lange gewartet hab. So. Puh. Schwieriger Kampf mit der Schmühlklinge. Ganz schwierig. Ja. Frühling ist gekommen. Spring ist gekommen. So. Dann jetzt auf ins Gronendorf. Natürlich erstmal zurück zum Eingang. Und dann ins Gronendorf. Ich hätte ganz vergessen, dass wir uns nicht einfach aus dem Dungeon irgendwo auf die Welt teleportieren können. Es wäre nützlich, wenn man das könnte. Kann man aber nicht. Äh, was wiederum heißt, dass ich tatsächlich nochmal auf die, äh, Schildgröße drauf muss. Ach, natürlich, das Ding geht automatisch. Minimal zu weit weg. Immer noch zu weit weg, meine Güte. Könntest du das Ding mich ein bisschen näher dran parken? Dann hätte ich die Palmbäume. Bring mich hier raus. Danke. Du du du. So, jetzt ins Gronendorf, wo ich hin wollte. Mountain Village. Außerdem können wir das abhaken, weil der Bossschüssel für ein Stone Tower Tempel drin war. Aber die Karte ist ja eigentlich recht leer. Bis auf die Sachen für Arjun Karfai und die ganzen Schlüssel für, äh, Na, für Snowhead. Die ist da noch drin, aber für den Fall, dass wir das hier nochmal machen müssen. Aber wenn wir das jetzt hinter uns haben, können wir die ganzen Sachen auch abhaken. Weil wir dann definitiv nicht mehr hier hoch müssen. Und das sind Bomb Trues. Okay, und damit muss ich jetzt in den Spoiler reingucken. Weil ich im besten Willen keine Ahnung habe, wo zum Teufel, äh, jetzt mein Bossschlüssel ist. Ich hoffe mal, dass sich nicht jetzt am Ende herausstellt, dass der Seed nicht machbar ist. Aber jetzt können wir erstmal die ganzen, äh, normalen Schlüssel für Snowhead eben abhaken. Und den Bossschlüssel für Snowhead abhaken. So, jetzt kann es nämlich nur noch Andrew und Karfai sein. Und, äh, ja, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt austesten, dafür nur noch mal einen kompletten 3-Tages-Field los anfangen. Von daher machen wir mal kurz Pause, wo ich im Spoiler-Log eben mal nachschaue, wo zum Teufel denn das ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Okay, also... Sollte eigentlich ganz einfach sein. Laut Spoiler-Log. Schauen wir mal, ob ich das vergessen habe, weil der, äh, Tracker damit schon mal ein bisschen komisch ist. Mit den Belohnungen. Eigentlich ist er in Clock Town. In Klug Town. Na, schauen wir mal. Was uns jetzt Schönes erwartet. Es wäre eigentlich schon ein bisschen lustig, wenn es genau das Problem wäre. Gehen! 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 Ja, angeblich ist es die Belohnung dafür, äh, die Fegenquelle zusammenzusetzen. Dafür müsste ich mir vielleicht erstmal die Fee holen. So im Nachhinein. Äh, ja, also die, äh, non-human Fairy Fountain soll der Woodfall Bosky sein. Das wäre also die Belohnung, die normalerweise die Magieleiste ist. Da man ein Seed normalerweise mit der Magieleiste anfängt, ist der Check nicht auf meinem Tracker drauf, weil, wie gesagt, der Tracker etwas älter ist. Und Magie zu, äh, randomisend zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal den Tracker aktualisiert habe, noch nicht der Fall war. Bzw. als ich den Seed hier angefangen habe, gab es noch nicht die Möglichkeit, das auf den Tracker zu packen. Mit der zu der Zeit aktuellsten Version. Und, äh, dann würde dieser Check wahrscheinlich auf dem Tracker einfach nicht drauf gewesen sein, deshalb habe ich da nicht dran gedacht, dass es diesen Check überhaupt gibt. Und wenn das jetzt tatsächlich der Boss-Schlüssel ist, dann hätten wir den Dungeon deutlich eher machen können. Aber in der Sache, dass in dem Dungeon, abgesehen von dem Schlüssel für Stone Tower, auch nicht wirklich irgendwas Sinnvolles drin war. Wäre es jetzt auch nur halb so schlimm. Und ja, hier ist tatsächlich der Woodfall-Tempel-Bosky drin, okay. Okay. Gut. Sollte man sich in Zukunft merken, diesen Check. Äh, dann geht es jetzt runter nach Woodfall. Und dann werden wir wohl in diesem Drei-Tages-Zyklus den Dungeon komplett, äh, den Seed komplett abschließen, ne? Ist doch auch mal was. Dann würde ich sagen, da wir jetzt wirklich tatsächlich komplett davon ausgerüstet sind, die Welt zu retten und, äh, für alle Zeiten wieder wohlzustellen, machen wir an dieser Stelle erstmal nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir genau das tun werden. Bis dahin. Aloha.